Eine ganz grundlegende Unterscheidung ist für mich die Unterscheidung zwischen Leid und Schmerz. Manchmal beschreibe ich meine Arbeit, vor allem die Gefühlearbeit, als eine Reise vom Leiden in den Schmerz. Wenn wir beim Schmerz ankommen, beim reinen Schmerz, dann geschieht Heilung und dann geschieht Linderung und Erleichterung, Befreiung. Das ist das, wo wir in der bewussten Entladung so oft ringen. Und solange wir im Widerstand sind, solange wir festhalten an den Absolutheitsansprüchen, solange wir versuchen, die Bewegung anzuhalten, sind wir im Leiden. Und das ist dann oft der Moment, wo Leute das dann wenig attraktiv finden und ich mich auch frage, warum gibt es überhaupt Leute, die zu meinen Kursen kommen. Ich stehe aber dazu, es ist tatsächlich eine Reise vom Leiden in den Schmerz. Das Leiden entsteht, so wie ich den Begriff definiere, aus Absolutheitsansprüchen, aus einer fehlenden Bereitschaft, das, was ist, zunächst einmal anzunehmen, anzuerkennen, zu würdigen, als das, was ist. Ich nenne Absolutheitsansprüche ja die Bausteine unseres Egos und Absolutheitsansprüche erzeugen Leiden. Unser Ego erzeugt Leiden. Und unser Ego ist eine unglaublich paradoxe Entwicklung, weil es ist eigentlich ein Schmerzvermeidungsmechanismus, der ungeheuer viel Leid erzeugt. Das heißt, wir kommen vom Regen in die Traufe. Ich kann dann immer noch mich darauf beziehen, mit einem, das ist falsch, mit meiner Wutkraft darauf einwirken. Das kann ich aber erst, nachdem ich es in seinem So-Sein anerkannt habe. Und genau das verweigern wir ja, wenn wir in einen Absolutheitsanspruch gehen. Das Leid beißt sich fest. Es bleibt hängen. In dem Moment, wo wir uns wirklich einlassen auf den Schmerz. Und Schmerz ist nichts weiter als eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Solange wir uns darauf einlassen, ist es nichts weiter als pure Intensität, als reine Energie, als etwas, was sich bewegt. Was uns zeigt, dass wir lebendig sind, dass wir da sind. Und wenn wir den einfach zulassen, dann vergeht er auch erstaunlich schnell wieder. Weil das in seinem Wesen ist, weil das im Wesen des Lebens ist, dass alles sich ständig verändert.